Unbilliger Traum wir laufen ein paar leute rum aber mach mal okay halb mir schön zurück warum er mal drei alleine ein bisschen warten ja ja ist spannend Oh, das war ein Zivilist. Oh, das war's. Du wurdest entdeckt? Ja. Ich hole gerade eine Information. Aber nicht alle töten, die mit den Auszeichen drauf ist schlecht. Schnauptschütze auf dem Dach. Oh, das ist weg. Oh, das ist ausgerechnet. Ich habe das Zeichen gebrochen. Hier über uns muss mal irgendwo einer sein. Ich sehe es auch gerade, aber ich brauche jetzt nicht hoch. Die Feindschweine sind weggerannt. Wendet sie! Getroffen! Er hat ihn doch auf jeden Fall gefunden. Er ist weg. Hast du einen übersehen? Oh, das ist weg. 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 Ich habe ein paar Infos geholt. Bist du oben an die Kiste dran gekommen, Dirk? Welche? Hier ist doch irgendwo eine Kiste oben auf dem Dach. Ah, da. Das ist weg. Das ist weg. Bei mir zumindest. Da oben ist auch noch eine Kiste. Das ist weg im Arsch. Also, das ist wieder Kiste. Ja, ich sehe nur noch eine. Hey, kein Grund zur Sorge. Ich suche nach Jay Scal. Fox bat mich ihm zu heffen. Was ist da? Ist er in der Villa? Ich weiß nicht. Er hat oft in seinem Kellerbüro gearbeitet. Es gibt einen Eingang beim Tunnel. Geht es Dr. Fox gut? Und Harmony? Sie sind sicher. Danke für die Hilfe. Sie ist alles ganz sicher. Danke. Bis bald. Das ist Level von den Klamotten. Und das sind immer die stärksten. Also es gibt ja die weißen, es gibt die blauen. Ich habe grüne. Es gibt die grünen. Was ist das beste? Beiß? Blau? Ja, gelb kommt auch noch. Ich brauche diesen Waffenaufsatz. Haben Sie eine Ahnung, wo ich den finden kann? Hier werden Sie finden, wonach Sie suchen. Danke. Das weiß ich zu schätzen. Ich habe den eigentlich schon gefunden, oder? Ne, der ist doch hinten der gelbe Punkt. Der ist doch 200 Meter weg. Ich habe den gefunden. Ich habe den gefunden und, äh, also, bis sie sagt, eine Frau und die hat mir einen Tipp gegeben, wo ich Wörter suchen soll. Da ist die Star-Office-Version von Excel drauf. Du kannst ja als Office-Version speichern. Wie viele Hosen findet man hier noch? Da ist einiges, da komme ich irgendwie nicht dran. Oben auf dem Dach, die, oder welche meinst du? Ja, genau. Da geht es rechts eine Treppe hoch. Da, wo ich gerade bin. Ich meine schon, die ist, äh, wenn du, ich weiß nicht, wo du gerade bist, aber zumindest gibt es da außerhalb des Hauses eine Treppe, die geht hoch. Ja, da bin ich schon mal gewesen. Wo bist du denn? Ja, in dem mittleren Gebäude. Ja, die ist auf dem Dach, die Treppe ist auf der rechten Seite, wenn das das Gebäude ist, was ich denke. Ja, ich weiß nicht, du meinst, ich sehe es gerade. Ich bin mit der Drohne hier. Aber, ich glaube, da musst du von innen, oder geht das nicht? Ne, sind alle Türen zu. Ja. Wahrscheinlich kommst du da hin, wenn du den Typ nicht kennenlust. Oder wenn wir den Hubschrauber nehmen, bist du da oben, ich meine. Und deshalb oben. Ja, ja. Nehme ich in Ruhe. Mach doch ihr Hannes. Spät er sich. Oh, ich bin fast am Heli. Ich warte hier auf euch, ich bin kurz vor dem Haus. Okay, ich bin am Heli. Dirk, gehst du hoch, oder kommst du zum Heli? Ich bin jetzt erstmal da, das zeige ich noch, wo was da liegt für mich. Okay. Gibt einfach steckten Tunnel-Eingang. Soll der denn sein? Für in das Haus, oder was? Ja, steht der hier. Aber ich bin schon mit der Drohne rumgeflogen, aber ich habe keinen gesehen. Nein. Dafür da oben einste. Ja. Dirk, bin bei dir. Kannst du einsteigen? Was ist das, Sven? Ich bin hinten im Haus. Äh, da oben war noch eine Kiste, aber... Ah, hier ist der Eingang, okay. Wenn ihr bei mir landet, dann ist direkt vor mir ein Eingang, der ins Haus reingeht. Gehen sollte. Feindlicher Überfall, wiederholen! Feindlicher Überfall! Feindlicher Überfall! Sollte. Ihr seid oben drauf, gelandet? Feindlicher Überfall, wir haben Gesellschaft! Ja. Ach, was. Gehen wir durch den Tunnel, oder? Einstattbar wahrscheinlich ganz still rein. Oh, scheiße. Ich bin schon wieder tot. Die Tür ist abgeschlossen, mache ich ihn jetzt. Ich bin auch tot. Bist du runtergefallen, oder was? Wer lebt denn noch? Ich? Du lebst doch noch, Dirk. Ja, weil ich mich wiederbeleben kann. Wieso kannst du dich wiederbeleben? Weil ich atme. Ah, jo. Danke. Sucht. Wie geht's denn hier rein? Das ist ein versteckten Tunnel-Eingang, den wir hätten nehmen sollen. Das Eisen weg! Das war's, oder? Mehr gibt's doch hier nicht. Der Fein ist da drüben! Oh, doch. Weg! Ja. Hier sind so viele Icons auf dem Bildschirm. Ich weiß nicht, wo ich anfangen soll. Boah, ein Lifestyle-Magazin hab ich gefunden. Cool. Ich weiß nicht, wo ich anfangen soll. Ich weiß nicht, wo ich anfangen soll. Ich weiß nicht, wo ich anfangen soll. Irgendwo müsste hier noch ne Kiste sein. Ich weiß nicht, wo ich anfangen soll. Ich weiß nicht, wo ich anfangen soll. Ich weiß nicht, wo ich anfangen soll. Ich kann hier nur noch an so spezielle Punkte rufen. Aber doof gemacht, oder? Deshalb ... was wir heute gemacht haben wir extra gemacht damit das nicht so einfach wird ja das war ja auch zu einfach ich finde es immer noch einfach na gut ganz schwierig kannst du die radia hochdrehen da gibt es eine kiste die ist unterhalb ja die ist direkt wenn du durch den tunnel gehst dann kommst du direkt zur kiste hin wir kommen hier rein weißt du was du wo bist du denn da ich fühl gerade im pool das wars danach du bist so chlorhaltig aber es ist ja nicht außerhalb komplett runter gehst ja hier müssen wir rein was ja da ist einmal die kiste und information und aber was ist wie kommen wir hier rein da nicht so orange die tür da kommst du nur mit einem speziellen links rein wenn du irgend einen gekillt hast hier ist die truhe diese so ist eigentlich oder ja da ist noch eine information wo komm ich denn hier wieder rein hier muss doch eine tür sein und eine terrasse ist auch eine tür aha die terrasse und die tür terrasse und die tür ich habe irgendwo noch eine information liegen ich habe noch mehrere hier irgendwo rum fliegen aber ich finde nichts genauso wie eine kiste ja hier gibt es eine closed area das kann sein dass wir da einfach nur nicht hinkommen weil du erst die tür öffnen musst oder so mehr doch war der Weg war der Weg Ah, da ist noch eine Kiste. Ah, voll schlecht als ich. Also eine Kiste fehlt mir jetzt noch. Ich weiß nicht, wo die ist. Ist die über mir? Ist die unter mir? Ich versuch's, oder? Da, wo ich jetzt stehe, ist die. Das ist bestimmt die mit dem Tunnel wieder. Ja, wahrscheinlich, ja. Also geh ich mal außen rum. Jetzt bin ich auf der Höhe auf jeden Fall von der Kiste. Aber sehen tue ich es immer noch nicht. Ich finde die scheiß Tunnel nicht. Wo ist der denn? Da, wo die so gelbe Punkt ist, oder was? Genau. Okay. Ah ja, jetzt seh ich ihn auch. Da, 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 da. Da, 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 da. Sure. Das ist auch eine Frage. Das ist auch die Frage. Computer finden, okay, machen wir auch als nächstes Computer finden. Da halten wir noch einmal so einen Tunnel. Bei der Geld zeige ich mir immer noch gelb an. Ich habe jetzt alles. Kann man denn hier durch den Tunnel kommen auch ins Haus, ne, sagtest du? Genau. Dann gehe ich mal weiter. Warum ist dieser gelbe Punkt denn nicht als erfüllt markiert? Ja, das weiß ich auch nicht. Das ist aber eine gute Frage, ne? So, treffen wir uns am Heli? Ja, ich gehe nochmal runter. Die Tür ist geschlossen. Ja, da bin ich auch gerade dran. Ich habe gerade eine Granate geworfen. Ich habe gedacht, vielleicht kriege ich damit die Tür auf. Aber da war wohl nichts. Ich weiß jetzt nicht, war hier einer mit einem Ausrufzeichen? Ich habe nur drei Leute getötet, da war keiner bei. Okay. Machst du nicht? Hä? Was stehe ich jetzt nicht, Doc? Ah, der Typ hat eine Karte, du kommst da mit durch die roten Türen. Achso. Da waren aber noch mehr roten Türen, hier zum Beispiel. Ja, da kommst du jetzt nicht durch mit dem. Nur durch die mit den Computerdingern. So, jetzt kommen wir zu. Oh, das ist vorne hier. Wo habt ihr ihn geparkt? Da oben. Auf dem Dach? Ja, ich habe ihn auf dem Dach geparkt. Hallo, ich komme nicht mit euch die Tür durch. Wie bist du denn da durchgekommen? Ich bin laufen. Ja. Habe ich auch versucht, bei mir wollte es nicht aufgehen. Ich weiß nicht warum, der mir das Gelbe nicht angezeigt hat. Ich auch nicht. Da steht irgendwas von Ungelesenen. Aha. Jetzt nimmt das. Was? Mission. Erreichendes Gelb anwesend. Nein, das hatten wir ja schon. Weiß ich nicht, warum hat die Mission nicht jetzt erledigt markiert. So hingelesene Aufklärungsdaten steht hier. tja ich habe es gelesen aber nimmt sie trotzdem nicht immer irgendwas verkehrt versucht er einer von euch das mal das ist okay weil ich ja mal irgendwas noch übersehen oder was ein gebäude also mir fehlen auch zwei dokumenten was alles dokumente habe ich jetzt noch eine rote türe ja hier bin ich nicht reingekommen also ich habe auf meinem bildschirm keine dokumente mehr gezeigt auch nicht kommt er denn darum wieder raus oder ne hier kommt ich nicht irgendwo raus ich bin unten wie bist du nach raus gekommen runtergesprungen ich würde gerade sagen runtergesprungen also irgendwelche dokumente fehlen ja was wollen sie hier wird nichts angezeigt ich weiß nicht bitte eben nur ich glaube ich war mir zu schnell irgendwann ja irgendwas übersehen war aber wenn es dann doch alle dokumente hat wie er sagt dann müsste er doch die mission dann auch fortsetzen können ja irgendwo muss er doch dokumente gefunden haben das meine ich also mir wird auf jeden fall nichts für angezeigt auf der karte kein gelber punkt ja doch ein gelber punkt schon noch ja genau den das suchen wir ja den gelber punkt nicht aber die dokumente die noch fehlen ja die ich habe alle aber ich sehe hier keine mehr auf der karte die mir angezeigt werden ja du siehst ja wenn du auf die einsatzübersicht gehst und gehst ja dann auf hier drag scale siehst ja unten irgendwelche dokumente und die habe ich jetzt aber nicht alle aufklärungsdaten ja ich muss dann für die aufklärungsdaten zurück ins hauptlager naja glaube ich nicht ich muss dann für die aufklärungsdaten zurück ins hauptlager ja ich weiß nicht irgendwas mit irgendjemandem muss man reden tja wo wolltest du hin zu dem grünen ja dann gehen wir zu dem grünen und sein satz so ich komme datens dann verabschiede ich mich mal an dieser stelle von zuschauern während wir hier zunächst mission fliege macht es gut gibt es ein wiedersehen bis dann tschüss